ich grüße euch ihr schaut verarbeitet ich bin es euer toxic und ich bin in down the rabbit hole auf der oculus quest ich habe ein key bekommen das game erscheint morgen jetzt wo ich es aufnehme also heute wenn ihr schaut und danke dafür ja das erinnert schon so ein bisschen an mossi mit diesen kügelchen und das ist auch sofort wieder so ein pappenhaus dingen ich versuche da mal reinzuschauen in das häuschen da sitzt niemand das ist leer da ist so ein kamin das sieht schon herz allerliebst aus ich habe schon wieder voll spaß ich gucke erst mal kurz in die settings knack scharf super gemacht ich gehe mal davon aus das sind die kapitel mit den einzelnen stages dazwischen würde ich jetzt behaupten und dann gucken wir mal einmal in die optionen wir haben französisch deutsch untertitel dass ich an weil ich weiß nicht ob die stimmen auch in deutschland stumm schalten kann man auch das mache ich natürlich nicht untertitel sind die jetzt an oder aus jetzt sind sie an okay mit so einem gelben haken und dann probieren wir das ne das ganze dann wieder aus und dann machen wir ein neues spiel ich wünsche euch viel spaß ich mir auch und er kostet übrigens 1999 in der vorbestellung ich weiß nicht ob der kurs bleibt wenn das spiel erscheint okay ich habe es gehört ich kann nicht schlafen kann ich mir eine story okay war nicht okay okay unsere story beginnt in a dark and twisting forest ist das rotkäppchen so richtig gut animiert jetzt geht es auf und hammerleute benutze den linken stick damit sich das mädchen bewegt okay das ist dann wie moss seht ihr ich kann nicht mehr rauslaufen das sind unsichtbar geworden und jetzt kann ich das ähm hierbei muss lenken so drücke die a-taste um mit dingen zu interagieren die sollst du mir luke ansehen die sollst du mir luke ansehen sie muss sich hier durchgezogen haben aber es ist lockt okay okay ein trophy turtle das ist ein erstes also es ist wie ein adventure ne da ist ein schlüssel guck mal die merken wenn ich den schlüssel nehme ich gehe mal einmal näher dran ich muss das machen guck mal sogar das gesicht kann man sehen von dem mädel also richtig tot animiert ne richtig also richtig gar ehrlich also von weiter weg jetzt sieht man jetzt wird es pixelig aber wenn ich richtig nah dran gehe also selbst die nase sehe ich die kleinen fingerchen so details an den ähm arm schmuck da was sind das so leder armbänder die stiefel und so also wirklich gut gemacht guck a key das geht es wahrscheinlich aufschließen ne so jetzt haben wir luke öffnen jetzt geht das hier runter ok climbing down the girls putting slips as the ladder gives way she begins a seemingly endless form down 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 she go down 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 she go nein kann ich nicht machen versuche die Uhr zu berühren what is happening the fall was so long she began to forget where she was or even who she was where was i going what was i doing i can't even remember anymore okay um an den spiegel spiegel geht nicht karten geht nicht da ist ein brief aber letztendlich sieht sie eine letze die schwarze her schwarze her nur aus der richte wir werden das in einem Moment aber zuerst muss ich deine attention an diese herzlichen rauch sie beckert euch zu holen sie zu holen Gut gemacht. Oh, sie hat einen Freund. Gut. Die Rüttung ist mir. Jetzt versuche ich, zwei Wurzeln zu holen. Nur noch eine Einladung. Jetzt, wo ist es schlafen? Kann man da richtig mit dem Kopf reiten? Also weiter geht's nicht? Oh, ich gucke jetzt mal. Da kann man richtig so in die Ecke schauen und so. Das ist ja wirklich super gemacht. Oh, es war richtig unter meinem Nacken die ganze Zeit. Oh, ich bin endlich fertig. Wie viele Briefe hast du denn da? Boah! Heilige Karte! Was hast du getan? Meine Verpflichtungen! Wo sind sie alle? Ich bin nicht. Jetzt kann ich laufen. Rabbit-Papier-Kram. Bin ich träumig? Seit wann können Rabbit-Krams Bücher lesen? Ich glaube, das ist seine Rabbit-Familie? So. Mit dem Kaninchen reden. Jetzt bin ich in der Ego-Perspektive. Und auch das sieht richtig geil aus. So, jetzt muss ich mir eine Antwort ausdenken. Wo bin ich? Oder eine Frage. Gibt es hier eine Mordende Königin? Du kannst sprechen. Ich schaue mich einmal um. Tatsächlich, ich bin jetzt in diesem Haus. Das sieht echt richtig gut aus, Leute. Ich hatte es ja vorher gelesen, dass das zwischen Third-Person und First-Person wechselt. Aber dass das so nahtlos ineinander übergeht, richtig cool. Okay, du kannst sprechen. Das hat ja was mit Alice im Wunderland zu tun, ne? Da steht doch was, ne? Oh, Wunderland. Beruhige dich. Hier gibt es eine Mordende. Beruhig dich, komm. So, jetzt greife ich mir das natürlich wieder. Ich möchte das wieder ein bisschen näher haben, damit ich das wieder ein bisschen besser sehe. Das finde ich richtig geil, dass ich diesen Level echt bewegen kann, so wie ich ihn gerade brauche und drehen kann. So, jetzt folgen wir natürlich dem Hasen. Okay. Jetzt kann ich mir einfach die neue Zähne nehmen. Das finde ich richtig gut. Also das ist echt geiler als wie beim Moss. Und ich kann mir schon den nächsten Raum anschauen, wo es dann hingeht. Seht ihr das? Da ist so ein Spiegel. Hier sind so Kaninchen. Guck mal, die kann ich... Gibt's? Ist das cool. Kann ich sonst noch was machen? Da sind so Karten. Da kann ich nichts machen, ne? Okay. Oh! Was war das denn? Es fällt ja da oben wieder raus. Kann ich das nochmal machen? Guck mal, nochmal. Dann kommt der Herr Hase. Da? Die fallen dann da oben wieder raus. Wie geil ist das denn? Ehrlich? So. Dann gehen wir da hin. Das ist richtig cool gemacht, wenn die Sachen auf einen zukommen und so. Patches war eine Eidexe, Patches war eine Katze, Patches war... Ich meine Schildkröte, ne, oder? Patches war eine Katze. Natürlich. Patches war immer eine Katze. Sie wurde von der Katze, weil die Mädchen... Alles gut. Wie konnte sie es immer vergessen? Das ist richtig. Wow. Ich habe echt voll Spaß. Also das ist echt der Kracher. Das ist echt der Kracher, ey. 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 Ja, kann ich nämlich nicht in den Babys. Ich stehe auf sowas, ne? Und, ähm. Das schuld mich gerade voll ab, mir. Wie kann ein Räubern denn auf diese Top-Schläge kommen? Das schuldig ist, wie ich das brauche. Da haben wir kleine Schuhe. Können wir den hier auch runterschmeißen? Ich muss das wieder machen, ne? Näher ansehen. Was haben wir da noch? Natürlich, das sehen wir uns an. Das Schild ist nicht so viel von einem Schild. Da oben ist wieder so ein... Brief. Da ist eine der Königinrichtungen. Drücke. Und dann den Fortschritt zu sehen. Also das ist ein bisschen sehr nah. Ich muss das wahrscheinlich ein bisschen weiter weg machen. Aber ich finde das ja so geil, wenn das so nah ist. Da ist Patches, die Schildkröte, diese Karte, die ich mitgebracht habe. Guck mal, ich kann sogar da oben rausgucken, Leute. Wo ich gestartet bin. Das ist ja geil. Ich hab voll Spaß. Ehrlich. So, ich drücke mal den Fortschritt. Ah, seht ihr? Da sind jetzt diese, wo ich schon sagte, diese Stages. Einladung der Königin. Ja. Okay, kann ich weiterspielen, ne? So, dann gehe ich mal da durch. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Okay. Natürlich wieder... Da ist wieder dieses Kaninchen. Wo ist hier mein nächstes? Da ist so ne große Uhr. Da kann ich auch nicht. Ich kann das sogar teilweise... Kann ich was machen. Kann ich ja was mit dem Mädel machen? Mit dem Hase. Mit dem interessierten Kaninchen reden. Das gehe ich bestimmt wieder in die Ego-Perspektive. Tatsache Leute. Hey, habt ihr einen Turtel gesehen? Ich hab eine. Ich hab eine. vor der Tür. Es ist nur ein Problem. Was ist das? Ich hab es nie gesehen, dass es örtlich ist. Aber du siehst gut, wenn du in die Bereiche gehst, wo du nicht gehst. Ich bin sicher, dass du es ausprobieren kannst. So. Ich greif das natürlich wieder. Es geht übrigens mit Trigger und mit der Greiftaste. Beruhe die richtige Uhr zur richtigen Zeit. Hä? Hä? Ja, weiß ich nicht. Beruhe die richtige Uhr zur richtigen Zeit. Ne? Ach so, wenn die Zeiger da beieinander stimmen oder was? Ich gehe mal davon aus, die meinen das Karo da, ne? Also die Nummer 3. Da ist ja so ein Kreis, ne? Macht doch Sinn. Da ist gleich die 3, ne? Passt mal auf jetzt. 1, 2, 3. Jetzt gibt das zu der 3. Nicht? Aha. Äh. Die X 10. Auch nicht. X 1. Auch nicht. X. Äh. Auch nicht. Wer wandern? Toll. Ich weiß nicht, was es von mir will. Herz, Herz. Pik, Pik. Karo. Oder meinen die Karo? Okay, das war richtig. Das war richtig. Ich muss nicht auf die Zeiger achten. Ich muss auf die Zeichen achten. Ich muss auf die Zeichen achten. Also muss ich jetzt die Herzfuhr berühren. In der Zeiger. Bei dem Herz. Das haben wir noch ein bisschen gucken. Dann haben wir noch die Kaninchen. Ja. Mach ich doch. Dann. Dann. Okay. Jetzt, ne? Ich brauche mal Pik, oder? Mit Geduld und sowas. Ne. Und dann fehlt nachher Kreuz. Was ist das? Hätte ich vielleicht besser im Sitzen gespielt. Ganz ehrlich. Pik. Und natürlich nochmal Kreuz. Jetzt muss ich nochmal eine Dreiviertel Uhr warten. Ein bisschen Sport machen. Ein bisschen die Welt bewegen. Aber das ist echt geil gemacht. Dass ich die Welt wirklich so, wie ich die brauche, mir hier vor das Gesicht schieben kann. Das ist echt super durchdacht. Also ich... Das ist... So. Und... Du hast es geschafft. Aber sicher noch. Oder... Was ist das? Die Tür ist endlich öblich. Jetzt, geh find' diese Invitations. Warum kannst du das nicht machen? Habt ihr gesehen, wie viele Baby-Bunnen ich hier leben muss? Erinnern. Der Hatter auf dem Keep of Hearts. Ja. Ciao. Gut. Dann machen wir das. Tschüss. Tschüss. So. Ich kann wieder die Welt bewegen. Inwieweit kann ich die Welt... Ist das ja das was drin? Da ist was. Aber ich komm' da so nicht dran. Aber ich komm' da so nicht dran. Mhm. Ich kann immer noch nach oben gucken. Ja. Ich bin ja so ein Kaninchenbaum. Ja. Ich bin ja so ein Kaninchenbaum. Wie hab' ich das denn jetzt gemacht? Die Einladung nehmen. Eine weitere für die Hatter. Hab' ich. Die weit entfernte Auslösung wird weiter. Ich bin sicher krank. Und dann? Ich habe so einen großen Hunger. Kann man das aufheben? Ne. Das kann man bewegen. Das kann ich auch bewegen. Das ist dann klar. Die Aussage dann erklärt. Ich wünsche die Klockhands waren am Abend, damit ich um zu essen kann. Eine sogar größere Klock. Aber es scheint sich zu stecken. Und zurück. Du solltest wirklich die Klockhands um die Lohnzeit nehmen. Ich denke, das wäre eine gute Idee. Die Klockhands um sich umsetzen. Oh, jetzt bin ich wieder in der Echeperspektive. Das finde ich echt rattenschärf mit diesem Wechsel. Drücke B um die Echeperspektive zu beenden. Ich kann mich sogar drehen mit dem rechten Analog-Stick. Da ist ein Herz, da ist ein Pik, da ist ein Dreieck. Da gibt mir noch ein Zeichen, ne. Da drunter ist auch was. Seht ihr das? Da unter dem Balkon, ne. Da ist auch so was Blaues. Ich weiß nicht, ob man das nachher auch noch braucht. Kann man das aufnehmen? Nein. Luuuun. Lunch. Mhm. Zwölf Uhr ist Lunch. Dann haben wir Tee. Das ist um 13 Uhr. Okay, das sagt mir jetzt hier gar nichts. Drücke B um die Echeperspektive. Ja, gut. Das ist umsehen. Ja, das ist natürlich jetzt, ähm... Da ist was drunter, ne. Eine Zwei. Aha, da steht auch was. Kann ich das hier dazu tasten? Das ist das strangeste Sandwich, den ich noch gesehen habe. Da ist ein... Peak mit einer 1, ne. Peak mit einem Strich. Und da ist, wie gesagt, ein Karo 2. Kann ich jetzt hier auch wechseln, wenn ich möchte? Nein. Das geht nicht. Ja, aber ich muss jetzt irgendwas hier mit diesen... Wechseln machen, ne. Aha. So, machen wir nochmal. Also, das ist jetzt ein Strich. Ach, warte mal. Wir haben... So, das mit Dreieck. Ach, sorry, da war ich zu schnell. Ach, schon wieder. So. Ein Herz. Mit einem Kreis. So. Und das war jetzt, ähm... Das muss ich nochmal gucken. Kreuz und Karo brauchen ich noch. Kreuz und Karo. Kreuz und Karo. Kreuz mit einem Strich. Karo mit zwei Striche. Kreuz mit Strich. Kreuz mit Strich. Und Karo mit zwei. Kreuz mit Strich. Und Karo mit zwei. Karo mit zwei. Und... Kreuz mit... Ha! Bin ich gut? Das hier eine Einladung. Habe ich. So. Jetzt machen wir erstmal 2 Uhr. So. So. Jetzt natürlich die anderen Rätsel noch, ne. 12 Uhr ist Lunch. Jetzt machen wir erstmal 2 Uhr. 12 Uhr. So. Das ist das strangeste Sandwich, den ich jemals gesehen habe. Passiert aber nichts. Was hatten wir da noch für Zeiten? Selbst diese Info ist da in klein, ne. Seht ihr das? So. UNCH. Das habe ich ja nicht ganz verstanden. MTW. WTW. 13 Uhr. Was haben wir noch? Ach, das ist gar nicht 12 Uhr, Leute. Doch. 12 Uhr. 13 Uhr. Die anderen zwei Sachen sind um halb eins und um 14 Uhr. Also. Machen wir jetzt 12 Uhr. 1 Uhr. Das verstehe ich nicht. Das ist alles zu hoch, ehrlich. Also erstmal das Ganze wieder hier drehen für mich. So. 12 Uhr. 1 Uhr. Habe ich? Was war das andere? Halb, ne. Nochmal halb. Und dann irgendwas mit 2 Uhr, ne. Das drückt sich aber nicht. Gut. Jetzt bin ich überfordert. Das kann ich auch hier nicht lösen, ne. Warum weiß ich nicht? Ich kann noch nichts aufnehmen. Da oben sind die Kanickeln. Achso, jetzt gehe ich gerade im Kreis. Das ist aber schwer. Kann ich sonst hier was machen? Komm, wir machen mal. Ach, die läuft rückwärts, ne, Leute? Ich bin auch bescheuert, ey. Wo ist das? Hä? Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzeh, elf, zwölf. Also muss ich auf den Platz drehen? Das ist das strangeste Sandwich, den ich jemals gesehen habe. Aha. Aha. Eine andere Partyinvitation. Kann relevant sein, was ich hier mache. Ich lasse jetzt einfach mal rückwärts laufen und guck, ob ich hier was passiert. Das passiert nicht wirklich was, ne? Nö. Ich brauche das doch auch hier einfach. Wieso kann ich da nicht A drücken? Wenn wir da irgendwie A drücken. Das geht nicht mehr. Also A geht nicht mehr hier an der Stelle. Wollen wir zurückgehen? Das bringt ja auch nichts, oder? Ja, ne. Die ist ja noch in Rätseln, ich muss ja irgendwie das hier aufbekommen. Ich schaue nochmal an meinen Fortschritten. Ich habe doch alle. Eine andere Königin. Ja, jetzt gibt es einen Tipp. Gut, dann gehen wir nochmal zurück, ne? Gucken, was passiert. Das kann ich bestimmt umsonst sehen, ne? Ja, hier ist keiner. Gut, das war dann für umsonst, was ich hier gemacht habe. Was war das denn? Ach so, ein Kaninchen wieder. Ich komme die ganze Welt mal wieder hier hin zu mir. Da passiert natürlich nichts. Jetzt läuft das hier zusammen, ne? Muss ich da was machen? Nö. Das verstehe ich jetzt nicht, Leute. Was klopft da auch, ne? Was klopft das Mädchen? Ja, okay, aber wo? Mach doch mal hier die Klappe auf. Ja. Wann ist denn hier Mittag? Zwölf. Zehn? Ist doch zwölf da oben, oder nicht? Ich bin dabei, habe ich doch schon ganz oft. Das hat mir eine gute Idee. Hier hab ich. Okay, dann machen wir mal um ein Uhr. Zwei Uhr. Drei Uhr passiert auch nichts. Halb eins. Okay, halb eins wär's gewesen. Okay, das hab ich nicht so ganz bestätigt in der Maus. Ein Hasenpacker und... Was macht denn der? Ein Fisch spielt die Tuba? Was macht denn der? Der ist jetzt der Sandwich, Leute. Das kann ich wahrscheinlich da runter, runter klettern. Ja, mach mal. Hatches! Bist du hier unten? Okay, weiter geht's. Und jetzt bin ich in einem gigantes Klappe. Das hat jetzt was wirklich von was, ne? Dann zum Pendel. Die vergiss nicht. Wird das jetzt tiefer, wenn ich das wieder höher mache? Ne. Ach so, guck mal hier. Lüberspring. Runter. Und jetzt kann ich laufen. Und runter klettern. Ich hoffe, ich hab keinen Prüfungsschlag übersehen. Ein bisschen Pendel. Wieso komm ich da jetzt nicht durch? Ach so, ich muss das hochziehen. Ah, guck mal. Der lädt. Dann werde ich wahrscheinlich das erste Kapitel hinter mir haben. Und dann reicht das auch, ne? Dann reicht das auch, ne? Ja. Der lädt. Der lädt. Ich hab nur gefordert, um Regeln. Ha! Die Frau von Kunst sagte, dass du die Grund, warum es hier in den Tagen nicht gab. Und wenn die Frau es gesagt hat, es muss wahr sein. Also ist es deine Schuld, Hatch. Ja! Jetzt, wo war ich, bevor wir so rühlig gefeuert waren? So, darf ich? Nicht da. Mit den Kartenmenschen reden. Oh, jetzt bin ich wieder in die Büro. Ah, ja. Ich dachte, dass du die Schuldgröte bist, aber... So, ihr könnt sprechen, habt ihr Patches gesehen? Ihr könnt alles sprechen, ne? Kann das sein? Was? Living, talking, playing cards? Bist du eine Art Joker? Natürlich sind wir Karten. Ja! Proud, noble, non-fraction-Karten, die diese wunderschöne Land von unseren Vorfathers haben. Nicht wie die wunderschöne Decimale, die Halves. Ja! Jetzt, zurück zu der Sache an der Hand. Ja. Ja. Ich werde ein König. Aber da war was mit Karten, ne? Ich weiß das alle nicht mehr. Das ist so lange her. Du bist ein König! Wie sollst du das machen? Lass das mir einfach. So, das war dann diese Welt. Weiter geht's. Mal gucken, ob ich da dran vorbei darf. Hey, bist du okay? Oh, ich will wirklich den Mann an den Karten. Er hat ein echtes Schmerz in meinem Karten. Was haben Sie darüber gesprochen? Was haben Sie da eine Halve? Was haben Sie da eine Halve? Was haben Sie da eine Halve? Okay. Die Krimsekasse gab's ja auch noch, ne? Wo sagt die jetzt Katze? Bin ich. Ich bin echt nett. Bin ich. Ähnlich. Ähm... Nee, nee. Ja, ich bin sicher. Ich will nur mein Kind finden und nach Hause kommen. Ich werde bald sein. Für... etwas. Ich habe einen schweren Zeit erinnern. Ich schaue noch mal kurz. Bin ich jetzt schon da oder wo bin ich da? Nee, ne? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, in welchem Kapitel ich gerade rumrenne. Näher ansehen. Also durchlaufen kann man da auch nicht. Da oben ist eine Einladung. Warte, 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 Mädel. Komm mal wieder. Also bin ich doch schon im nächsten Level, ne? Ein bisschen nur, Mädel. Ach, da. So, jetzt schauen wir mal eben. Der fängt wieder vorne an. Also, ich muss halt mal gucken, ob ich mittendrin auch einmal einen Punkt habe, ob der den in die Reihenfolge macht. Also ich verstehe, wie ich meine. Nicht, dass ich jetzt die erste übersehen habe, dass das dann auch angezeigt wird. Na. Ich kann schon wieder nicht mehr aufhören. At least the lights are on. Maybe someone's seen patches in here. Gut, Leute. Ja, ich will gar nicht großartig weiterspielen, weil ich spoiler euch ja schon wieder bei so Rätseldingern. Ihr kennt ja das Problem. Ihr wollt das ja auch selber spielen. Ähm. So, da kann man in der Art. 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 Hallo. Ist jemand hier? So, jetzt gehen wir in dieses Haus. Und dann schauen wir mal. Das kann man auch machen. Okay, jetzt geht das wieder so eine Truhe. Jetzt geht das wieder los. Book of Sixpension. Aha. Was haben wir denn wieder? Ach, wir haben einen Spiegel und wir haben wieder die Zeichen von den Spielkarten. Dann lassen wir B wieder zurück, bis wir die Karte draufkriegen. Die Karte, die Truhe. Das unglaublich große Buch von schmerzlichen kleinen Rezepten. Ja gut, ich bin schon im nächsten Kapitel und dann lassen wir es auch erstmal. Ich will euch echt nicht so viel spoilern, das geht immer tiefer. Weil das finde ich einfach nur geil, Leute. Wenn man da hochguckt, dann sieht man immer das Rabbit Hole. Immer gespannt, wie tief das noch geht. Und ja, ich mache echt an der Stelle erstmal Schluss. Ihr sollt ja auch selber spielen. Ich will euch nicht zu viel spoilern. Das ist echt immer das Problem bei so, wenn es mal geht zu Dingern. Dann ist die ganze Atmosphäre ja für euch schon. Also ich kann das Ding bedenkenlos jetzt schon empfehlen. Das sieht einfach nur richtig cool aus. Und ich kann diese ganze Welt bewegen. Ich kann, glaube ich, noch ein bisschen nach oben klettern. Dann müssen wir das nochmal machen zum Abschluss. Wo geht es denn weiter? Ich habe keine mehr. Also noch höher geht? Nee. Oder? Nee. Die sind weg, die Wurzeln, oder? Wie habe ich es? Jetzt komme ich nicht mehr runter. Jetzt habe ich wieder Schitter gemacht. Nee. Also ich meine, es ist dann auch Schluss. Ich komme da nicht mehr weiter hoch. Aber, ihr seht, ich kann durch den Kaninchenbau klettern. Gut. Lasst mir ein Däumchen da. Ich würde mich riesig freuen. Wenn du noch kein Abo hast, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren. Ihr wisst das. Kommt auf meinen Discord-Server gerne. Und in unsere Facebook-Gruppe. Das Ding in der Standliga für 1999 kann ich bedenkenlos empfehlen. Ich werde es natürlich weiterspielen. Das ist der erste Eindruck. Länge seht ihr jetzt selber. Wir gucken nochmal ganz schnell. Ich habe das erste jetzt komplettiert. Ich habe schon den ersten Brief vom zweiten. Da fehlen noch eins, zwei, drei, vier. Es sind glaube ich immer fünf. Hier sind sogar mehr. Hier bei der Grinsekatze. Da sind nachher nur vier. Also es sind nachher eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stages. Eine habe ich schon. In der zweiten bin ich gerade. Ich sage jetzt mal von der Spieldauer. Sagen wir mal pro Stages so eine halbe Stunde. Zwei Stunden, drei Stunden. Habt ihr wahrscheinlich Spaß damit. Es ist okay. 25 Euro. Das ist echt liebvoll gemacht. Deutsche Untertitel. Richtig klasse. Gefällt mir. Gut. Dann genug geschnackt. Holt euch das Ding in jetzt. Wenn es erscheint. Kann ich echt, wie gesagt, empfehlen. Auch wenn ich mich wiederhole. Ich habe Spaß. Und ja, bis zum nächsten Video. Euer Toxic. Bye. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.